Was sollen die langen Gesichter? Sigrid's Sendung hat uns Punkte bei der Öffentlichkeit eingebracht. Aber jetzt... Bringt Sentinel wieder Outcasts um. Wie gesagt, die Outcasts hatten nie Priorität. Sentinel hat die Patrouillen verdreifacht. Alle unsere neuen Leute werden gefangen genommen oder getötet. Tja, das können wir nicht zulassen, oder? Laut Aufklärungsdaten werden sie irgendwo in Lake Country festgehalten. Komisch. Ich hätte gewettet, dass Gibson sie nach Camp Fox bringen lässt. Und noch was. Es heißt, sie hätten dort ein VIP. Es ist Sigrid. Becker ist sich nicht sicher, aber ich schon. Fragen Sie nicht, warum. Wenn sie da ist, finde ich sie. Keine Sorge. Becker. Becker. Es ist eine großeражалась. Becker. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Agent Doppelnull. Sind das... Oh Gott sei Dank. Ist es vorbei? Sie skrupellos sind. Aber was die Soldaten da getan haben... Mir fehlen die Worte. Das gehört zum Job, leider Gottes. Der Inbegriff von Mitgefühl, wie immer. Ich kann Ihnen nur raten, es zu nutzen. Oder es zu verdrängen. Die lautesten Schreie kamen aus einer Hütte im oberen Innenhof. Wissen Sie, was da passiert ist? Nein. Aber die Soldaten haben gefeiert, als sie erfohren, wer ich bin. Sie stritten darum, wer Stone die frohe Botschaft überbringen darf. Ich hatte Glück. Nicht mehr lang und sie hätten mich in diese Hütte gebracht. Verstehe. Wenigstens scheinen sie nichts von Haruhi zu wissen. Sieht aus, als hätte Stone die Nachricht bekommen. Suchen Sie sich ein Versteck und seien Sie bereit zu kämpfen. Hast du dir dein Leben so vorgestellt? Wenn wir uns hier eine bessere Welt schaffen können, ist es all das wert. Wer hätte gedacht, dass wir wieder hier bei Skellern irgendwas... Wir können hier... Was? Macht sie platt! Die werden... Nicht aufgeben! Noch ein Sieg für uns! Die werden... Die werden... Was ist das? 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 Was ist das?